Stark ins Leben? Na klar! Stark ins Leben ist eine Workshop-Reihe für Schülerinnen und Schüler im Saarland. Die fit macht für Schule, Studium, Beruf und, naja, fürs Leben eben. Wozu das gut sein soll? Hier bekommst du Antworten von Ulrich Kommersant, Minister für Bildung und Kultur des Saarlandes. Dennis Kranz, Lehrer und Referent bei Stark ins Leben und Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Stadtgarten in Saarlouis. Stark ins Leben hilft jungen Menschen, sich selbst kennenzulernen, ihre Stärken kennenzulernen, zu erfahren, wo man noch besser werden kann. Der Witz von diesen Seminaren, den Basisseminaren, den Workshops, ist eigentlich mal zu lernen, wie man ohne Druck lernt. Ich habe am Workshop Stressbewältigung teilgenommen. Bei meinem Workshop ging es um die Umsetzung von Lebenszielen. Assessment Center. Persönlichkeitstraining. Bewerben mit Erfolg. Was ich in der Schule nicht richtig gut gelernt habe, war ein gutes Zeitmanagement aufzubauen. Also beim Projekt zu sehen, wie kann ich welche Informationen mir wann besorgen und auch so daran arbeiten, dass es rechtzeitig fertig wird. Die Schüler sprechen mich auch oft auf Methoden, auf Lernmethoden an im Unterricht und da merke ich halt, dass da wirklich Kompetenzen fehlen und in Workshops versuchen wir das ein bisschen aufzufangen. Also es ist eine echte Chance, da hinzugehen. Ja, also mir hat eigentlich am meisten weitergeholfen, bei einem freien Vortrag selbstsicher aufzutreten. Also für mich war zum Beispiel das Wichtigste zu erfahren, dass die Vorberatungszeit auf eine Bewerbung mitunter am meisten zählt. Techniken zu erlernen, wie man Stress vermeiden oder reduzieren kann, das hat mir sehr viel auch schon im heutigen Schülerleben, gerade bei Prüfungen gebracht. Also die Workshops zeigen, die werden ja auch ausgewertet am Ende, zeigen immer, dass die Schüler hoch zufrieden sind. Die sagen, da habe ich jetzt echt mal was für mich gelernt, was ich wirklich tun kann, um mein Lernen zu verbessern, also nicht so allgemeines Blabla. Wenn ich die Möglichkeit hätte, aus dieser Workshop-Auswahl was auszusuchen, habe ich zwei Favoriten. Das eine ist, Pläne verwirklichen, wie manage ich ein Projekt und ganz persönlich finde ich am spannendsten eigentlich den Theater-Workshop. Ja, das Ganze lief wirklich cool ab, war eine schöne, lockere Atmosphäre, da muss man wirklich keine Angst vor haben. Diese Workshops laufen ganz anders ab als Schule. Der Workshop an sich macht super viel Spaß und man sammelt ehrlich tolle Erfahrungen. Der ganze Workshop ist so organisiert, dass man sich um nichts kümmern muss. Also wenn ihr die Chance dazu habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei einem der Workshops an. Also ich kann den Schülerinnen und Schülern nur empfehlen, neugierig sein. Wenn man sich das erhält, dann hat man eigentlich das Wichtigste fürs Leben insgesamt gelernt. Für die Teilnahme an den Workshops wirst du vom Unterricht freigestellt. Die Kosten übernimmt die Stiftung der Sparda-Bank Südwest für dich. Alle Infos bekommst du bei deinen Lehrern oder im Internet. Sucht euch den Workshop aus, auf den ihr am meisten Lust habt. Denn da werdet ihr auch am meisten lernen können. Denn nur was man wirklich gerne macht, macht man am Schluss auch gut. Also nutzt die Chance. Jetzt bist du am Zug. Mach was draus. Alle Infos. Diesen Alle Infos D JAMES Vielen Dank.